Die Profitänzerin Maria Sandner aus Sippach-Zell bildet heute den Abschluss unserer Interviews zum Jahreswechsel. Die 32-Jährige spricht gleich mit Klaus Obereder über ihre Sicht der Welt, über ihre Hoffnungen und über ihre Ängste, aber auch darüber, welche Werte die sogenannten Jungen von heute verfolgen. Maria Sandner ist einem breiten Publikum als fünfmalige Teilnehmerin an der ORF-Tanzshow Dancing Stars bekannt geworden. Im Vorjahr hat sie dort gemeinsam mit Martin Ferdini gewonnen. Zwei Jahre zuvor hat sie bei Dancing Stars ihren heutigen Partner Marco Angelini kennengelernt. Gemeinsam mit ihrem Bruder betreibt sie in Wels eine Tanzschule, die heuer in die prächtige Dragoner-Kaserne eingezogen ist. Ein beruflicher Höhepunkt 2019 wird die Eröffnung des Wiener Opernballs sein. Das Geschwisterpaar ist für die Eröffnungskoreografie engagiert worden. Und jetzt begrüße ich Sie hier bei uns im Studio. Schönen guten Abend, Maria Sandner. Schönen guten Abend. Weil wir gerade den Opernball angesprochen haben, zuletzt zu sehen auch hier, steigt die Spannung, die Nervosität langsam bei Ihnen? Natürlich, also gerade bei so einem großen Ereignis ist eine gewisse Vorspannung mit dabei. Was ich glaube aber auch, dass es sehr gut ist, weil wir einen gewissen Respekt haben, so große Veranstaltungen. Und die Vorfreude bewegt natürlich irrsinnig. Hat das auch damit zu tun, weil da nicht nur die Republik sozusagen zuschaut, sondern eigentlich beim Opernball im Speziellen sozusagen die ganze Welt? Natürlich, also Opernball ist schon was ganz was Besonderes. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit ist das ein absolutes Spektakel. Und da will man natürlich auch schon was ganz was Besonderes draus machen. Wie ist denn das generell bei Bällen? Wird da auch noch richtig getanzt? Oder geht es bei Bällen nicht vor allem sehr oft auch um das Gesellschaftliche, wo man sagt, na gut, sehen und gesehen werden? Was ist so Ihre Empfindung, Ihre Wahrnehmung, die Sie haben? Also ich finde, es ist auf jeden Fall beides. Ich sage, ein Ball ist natürlich einmal was Gesellschaftliches, ein Miteinander und natürlich auch eine wunderschöne Tanzveranstaltung. Aber worum geht es mehr? Stimmt der Eindruck, dass es eigentlich schon mehr eher um das gesellschaftliche Zusammentreffen geht, als vielmehr darum, da ordentlich zu tanzen? Also ich finde, gerade in den letzten Jahren ist das tänzerische Interesse der Leute wieder absolut gestiegen. Wir spüren es auch extrem in der Tanzschule, dass einfach wieder viel mehr getanzt wird. Und gerade auf den Bällen, man sieht es, ist die Tanzfläche wieder viel voller. Und ich sage, es ist trotzdem eine gute Mischung, glaube ich, aus beiden. Warum kommen die Jungen zu Ihnen in die Tanzschule? Hat das damit zu tun, weil Mama und Papa das auch gemacht haben, weil es irgendwie gelernte Familientradition ist? Oder ist da echtes Interesse dahin? Ich sage, es ist in Oberösterreich ganz spannend, dass die Devidantenkultur bei uns immer noch sehr hochgeschrieben wird. Also wir haben wirklich in der Tanzschule ganz viele motivierte junge Jugendliche, die was im Tanzkurs machen. Natürlich auch aus einer gewissen Tradition raus, weil es Mama und Papa schon so gemacht haben. Aber das Spannende daran ist, dass die Jugendlichen im Tanzkurs eine irrsinnige Leidenschaft für die Bewegung entwickeln und da wirklich bei ganz vielen Jugendlichen eine absolute Freude und ein absoluter Spaß dahinter steckt. Jetzt ist so eine Tanzschule auch so etwas wie eine Benehmschule. Es geht um Etikette auch, um Benehmen. Kommt das an bei den Jungen? Auf jeden Fall. Also ich sage, gerade bei den Jugendlichen heutzutage ist es so, dass sie auch froh sind, wenn sie gewisse Sachen wieder hören. Und eine Tanzschule ist da in gewisser Art und Weise, sage ich mir, schon ein Ort, gerade beim Devidantenkurs, wo sowas auch richtig dazugehört, dass man da so einen kleinen Etikettenkurs mitmacht. Ist das cool? Natürlich ist es nicht für alle Jugendlichen cool, definitiv. Aber ich glaube, gerade in der Tanzschule ist es in einer sehr lockeren und entspannten Atmosphäre und da können es die Jugendlichen heutzutage irrsinnig gut annehmen. Orten Sie daher so etwas wie eine Sehnsucht? Ist das in der Werteskala der Jungen wieder mal höher, als es vielleicht noch vor einigen Jahren war? Oder eher niedriger? Ich glaube, gerade der Tanzkurs in dem Alter, so mit 15, 16, ist auf jeden Fall auch, nachdem die Tanzschule versucht, dass sie das Ganze sehr entstaubt und einfach auch versucht, dass sie es für die Jugendlichen sehr modern gestaltet, wirklich was, was in der Werteskala wieder viel weiter oben ist, definitiv. Jetzt haben Sie sehr viel mit jungen Leuten zu tun. Was würden Sie denn sagen, was kommt denn da für eine Generation nach? Wie sind denn die so gepolt? Also ich sage es natürlich, gerade bei uns in der Tanzschule trifft sie wirklich jeder. Darum fragen wir Sie. Genau, also da ist wirklich vom Lehrling bis zum Gymnasiasten kommt ja jeder zu uns in die Tanzschule. Und ich sage mal, man merkt schon bei uns auch sehr, dass die Jugendlichen sehr nachher miteinander einfach suchen. Also sie wollen sie verstehen, sie wollen miteinander kommunizieren, sie suchen Freundschaften. Also gerade ein Ort der Begegnung ist für die Jugendlichen etwas ganz, was ganz, was wichtig ist. Wie steht es denn im Verhältnis Freizeit und Leistung? Wie ordnen Sie das ein bei den Jungen? Es geht nur um die Freizeitgesellschaft und Leistung tritt immer mehr so in den Hintergrund. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Spannendes Thema. Also auf jeden Fall ist bei den Jugendlichen die Freizeit sehr wichtig. Also die Jugendlichen genießen auch die Freizeit. Aber gerade auch eben jetzt punkto Tanzen ist spannend, dass ganz für Jugendliche extreme Leidenschaften und auch wirklich... Begeisterungsfähigkeit haben. Das heißt ja immer, den Jungen fehlt der Optimismus. Teilen Sie diesen Eindruck? Absolut nicht. Zukunfts- und Jugendforscher sagen das immer. Ja, ja. Also ich finde gerade, ich kann jetzt nur eben von uns in der Tantsche reden, da kommt wirklich ganz fürs Jugendliche raus. Sehr viel Positives, sehr viel zukunftsorientiertes Denken. Also das ist für uns irrsinnig schön, die Jugendlichen gerade in dem Alter zwischen 15, 16, 17 zu beobachten. Zu Ihnen persönlich, jetzt stehen wir uns an der Jahresschwelle. Was bewegt Sie denn da persönlich, wenn Sie an Oberösterreich, wenn Sie an Europa, vielleicht auch die Welt denken? Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein wichtiges Wort bei uns in der Gesellschaft ist Miteinander. Einfach, dass wir wirklich schauen, dass wir Orte und Plätze schaffen, wo ein Miteinander gelingt. Und ich glaube, dass wir als Tantschule wirklich immer ein ganz positives und ein vorbildliches Unternehmen sein, wo wir wirklich Ort für Begegnung und einfach Ort für positive Begegnungen schaffen. Wir haben nächstes Jahr Europawahlen. Was haben Sie denn für ein Bild von Europa? Ist es, das braucht, brauchen wir Europa oder reicht es nicht auch in Österreich, in Oberösterreich sozusagen bewusstseinsmäßig zu sein? Also ich glaube, es braucht immer ein großes Miteinander. Und da glaube ich auch, muss man immer sehr weit und sehr breit gefächernd denken. Und auf jeden Fall ist Europa was ganz, was Wichtiges. Brauchen wir mehr oder brauchen wir weniger Europa? Das ist eine der großen Fragen, die auch wahrscheinlich in der nächsten EU-Wahl, in der Wahlbewegung sozusagen diskutiert werden. Also ich glaube, es sollte nicht weniger Europa werden. Warum nicht? Weil ich glaube, eben wie ich vorher schon gesagt habe, dass es wirklich ein großes Ganzes ist. Wo haben Sie denn den Eindruck, dass die Welt derzeit aus den Fugen geraten könnte? Haben Sie so einen Eindruck? Also ich glaube, auf jeden Fall zurzeit in Österreich muss man einfach auch schauen, wie ich vorher schon gesagt habe, dass es wirklich einfach in verschiedenen Schichten einfach wirklich die Leute zu Hause fühlen, dass sie die Leute bei uns wohlfühlen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist der Gast. Aber jetzt, wenn man es auf die Welt betrachtet, ich meine, man könnte, es gibt ja Berufspessimisten, die sagen, also bitte, ich darf gar nicht daran denken, was da alles passiert, wird mir schon ganz schlecht. Gehören Sie zu diesem Typus von Menschen? Also ich bin immer ein sehr positiv denkender Mensch und darum auch in solche Richtungen finde ich, dass man immer das Positive sehen muss. Es passiert auch sehr viel Positives auf der Welt und das darf man, finde ich, nie außer Augen lassen. Gibt es etwas, was Sie ängstigt, wenn Sie an die Zukunft denken? Nicht wirklich. Also ich glaube, trotzdem mit dem Großen und Ganzen und mit dem Miteinander ist es auf jeden Fall eine irrsinnig positive Entwicklung. Was muss denn passieren, dass Sie am Ende sagen, 2019, das war ein gutes Jahr? Also wir haben 2019 so viele große Projekte vor uns, wo wir mit voller Leidenschaft und vollem Ehrgeiz rein starten und wenn die Projekte alle wirklich gut aufgehen, dann kann man wirklich sagen, 2019 war ein gutes Jahr. Damit alles Gute, alles Gute im neuen Jahr und vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke sehr. Sie haben es wahrscheinlich geahnt, das Gespräch mit Maria Sandner wurde aus Termingründen aufgezeichnet.